Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'da, wa ba'da. Kommen wir zum Zwischenkapitel, Faslun fitta'awwudhi minan nar. Und zwar geht es darum, Zufluchtnahme vor dem Feuer. Gibt es da Verse, Haditha etc. Ibn Rajab fängt dieses Kurzkapitel an mit den Versen in Zulatul Ali Imran, so drei Vers 191 bis 95, in dem es dann heißt, Also er sagt, im Kontext von denen, die Allahs Gedenken, Diejenigen, die Allahs Gedenken stehen, sitzend, auf der Seite liegend, und die nachdenken über die Schöpfung der Himmel und der Erde, Dann sagen sie, رَبَّنَا مَا خَلَقَتَ هَذَا بَعْتِلًا Du hast das hier alles nicht einfach so umsonst erschaffen, سُبْحَانَكْ Frei bist du davon, ja Allah, dass du etwas einfach so sinnlos erschaffst. فَقِينَ عَذَابِ النَّارِ So rette uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Bis Allah dann sagte, فَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ So hat ihr Herr von ihnen angenommen und akzeptiert. Zu dem Vers haben einigen Gelehrten Tadabbur gemacht und sagten, Der Zikr schützt vor dem Höllenfeuer. Denn das sind Leute, die sehr viel Allahs Gedenken und Nachdenken, so bekommen sie den Schutz vor dem Feuer. Hier erwähnt Ibn Rajab nicht den Vers, der bekannte Vers in Surat 2, Al-Furqan, in dem es heißt, رَبَّنَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامَا Das ist ein Bittgebiet, was man unbedingt sprechen muss. رَبَّنَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ Halte von uns fern die Strafe der Hölle. إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامَا Denn ihre Pein und Strafe ist ja bedrängend. إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرَّ وَمُقَامَا Denn als Bleibe und Wohnstätte ist sie ja سَاءَتْ sehr übel und schlimm. Also geht zu Surat 2, Al-Furqan, Surah 25, es müsste auf der vorletzten Seite sein, von Surah 25, merkt ihr dieses Bittgebet. Ibn Rajab sagt, وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنَابِهُ رَيْضَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Sitzungen sehen, rufen sie sich einander zu und umkreisen diese gedenkenden Menschen. In diesem Hadith kommt dann vor, إِنَّ اللَّهَ يَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ Nachdem die Engel übereinander gestiegen sind, fragt sie Allah, obwohl er weiß, was sie da machen. Fragt sie Allah, وَفَرْسُخُونَ 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 قَالُوا لَا وَاللَّهِ بَارَ اَوْهَ Die Engel sagen, nein, bei Allah, sie haben es nicht gesehen. فَيَقُولُ كَيْفَ لَوْرَ اَوْهَ Dann sagt Allah, wie wäre es, wenn sie das Höllen vorher gesehen hätten. فَيَقُولُونَ Dann sagen sie, لَوْرَ اَوْهَ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارً وَأَشَدَّ مِنْهَا مَخَافَ Und das ist der Punkt, den der Mensch vergisst. Wir vergessen Hölle und Paradies. Siehe dir den ersten Dars an. Und ich weiß nicht mehr, in der Playlist, erste, zweite, dritte, am Anfang, wir haben Hölle und Paradies vergessen. Schau mal, was er sagt. Was wäre, wenn sie das Höllen vorher gesehen hätten? Du, als Bruder, als Schwester, würdest total anders praktizieren. Hier ist der Beweis. Er sagt, haben sie es gesehen? Wir sagen, bei Allah, sie haben es nicht gesehen. Und was wäre, wenn sie es gesehen hätten? Laura Auha, schau mal, كَانُوا أَشَدَّ Und sie hätten noch heftigere Angst vor ihr, wenn dann überhaupt jemand Angst davor hat von uns. Und das heißt, der Mensch verfällt in Unachtsamkeit und Achtlosigkeit. Gerade heutzutage mit diesem ganzen Wirrwarr von Social Media und Streitigkeiten. Wir sind verstritten mit den Moscheen, mit den Imamen. Wir verstehen unsere Religion nicht. Medhaab ist schlecht. Medhaab ist schlecht. Koran, Sunna, was sagt der, was sagt die, Social Media, Sucht, die ist das und haben Hölle und Paradies vergessen. Sagen die Engel, und wenn sie das Höllenfeuer gesehen hätten, wären sie heftiger im Flüchten und heftigere Angst würde sich in ihnen bilden. Dann sagt Allah, فَيَقُولُ إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ Ich nehme euch zu Zeugen, O Engel, dass ich ihnen vergeben habe. Aus dem Hadith gibt es zigtausende von Fawaid, Nutzen und Lehren. Eine davon, wie gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala vergibt es, höchstwahrscheinlich die Schönste überhaupt. Am Ende sagt er, ich nehme euch zu Zeugen, dass ich ihnen vergeben habe. Weshalb, Bruder, Schwester, wenn du von einer Sitzung hörst, in einer Moschee, geh dahin und vorallgegenwärtige dir diesen Hadith. Auch wenn du wahrscheinlich nicht viel verstehst, wenn der Unterricht hoch ist, oder etc., geh hin, nur mit dieser Absicht würde dich schon reichen. Allah subhanahu wa ta'ala wird dir die Vergebung geben. Allaumma, Khidla, naja, jawohl, naja. Entschuldigung, was er fand ich? Und zwar jeder Muslim, der Allah bittet um das Paradies, dreimal Außer dass das Paradies sagen wird Und Allah lasst ihn ins Paradies eintreten Und wer dreimal sagt, Zufluchtsucht vor dem Hellfeuer Allahumma ajirni min al-Nar, Allahumma ajirni min al-Nar, Allahumma ajirni min al-Nar Sagt das Feuer, oh Allah, rette ihn vom Feuer Leicht auf der Zunge, aber wir sind abgelenkt durch Social Media Subhanallah, wir haben Hölle und Paradies einfach mal vergessen Vergiss nicht die zwei gewaltigen Großen Sie sind so gewaltig groß, trotzdem sind wir so jähl Wir sind so unachtsam Natürlich mit eingerechnet Wie oft erwischt man sich, dass man unachtsam war Und das ist Hier haben wir, wir haben in vorherigen Darst gesagt, dass Ibn Rajab ein Imam ist Riesengroßer Imam der Hadith-Wissenschaft Er hat Sunan al-Tirmidhi in 20 Bändern erklärt Leider hat es uns nie erreicht Außer ein kleiner Teil von Kitab-ul-Dibas, Kapitel der Kleidung Manche haben gesagt, er war mutakhassis spezialisiert auf Sunan Beziehungsweise Jami' al-Tirmidhi Al-Tirmidhi ist ein großartiges, gigantisches Hadith-Werk Genau Hier erwähnt er eine weitere Überlieferung Nur mit dem Wortlaut sieben Davor hatten wir drei, hier haben wir sieben Und zwar heißt es hier Wer siebenmal, der Diener Wenn der Diener siebenmal Zuflucht sucht vor dem Feuer Sagt das Feuer Und auch das Gleiche mit dem Paradies Und kein Diener bittet um das Paradies siebenmal Außer dass das Paradies sagt Oh mein Herr, dein Diener So und so Er hat nach dem Paradies gefragt So gewähre ihm den Eintritt Und er lasse ihn eintreten Und von Anas ibn Malik Jaqulullahu Undrufi Diwani Abdi Einem Hadith Sagt Allah Schaut im Buch meines Dieners Schaut in das Buch meines Dieners Wenn er dann sieht Dass er nach dem Paradies gefragt hat Gebe ich ihm Und nach dem Höllenfeuer Vor dem Höllenfeuer Zuflucht gesucht hat So werde ich ihm gewähren Zuflucht gewähren In dem Hadith in Musnad Von Ad-Darimi Sagt Ibn Rajab hier Dass der Prophet Gehennems Und Gehennem hat Hitze Sag zu den Höchtern Dass die Hitze der Hölle Noch heftiger ist Weil die sich Beschwert haben Ja es ist so heiß Wir können dich mit in den Feldzug ziehen Im Kampf Sag ihnen die Hitze Der Hölle ist noch heißer Wenn dieser Diener Dienerin sagt La ilaha illallah Wie heiß ist doch dieser Tag O Allah Rette mich vor der Hitze Gehennem Sagt Allah Zu Gehennem Ein Diener von meinen Dienern Hat Zuflucht gesucht Vor deiner Hitze Und ich nehme dich als Zeuge selbst O Höllenfeuer Dass ich ihn, sie gerettet habe Vom Höllenfeuer Und wenn es ein eiskalter Tag ist Dann der Diener sagt La ilaha illallah Wie heftig ist doch die Kälte Dieses Tages Oh Allah Rette mich vor dem Zemherir von Gehennem Zemherir Hatten wir oder kommt noch Ich denke das kommt noch Ist die eisige Kälte Die die Knochen Zerbricht Wie Glas Man hört das Brechen der Knochen Um Leib Der Höllenbewohner Sagt Allah In Suratul Insan Im Paradies werden sie weder Schamsen Sonnenhitze noch Zemherir Eisige Kälte Erleben müssen Hier sagt der Diener Und ich nehme dich zum Zeugen Dass ich ihn davor retten werde Sie fragten die Gefährten Was ist Zemherir von Gehennem Genau wie ist das Was ist diese Zemherir Er sagte Es ist ein Haus In der Hölle Darin werden die Kuffar Hineingeschmissen werden Genau Ich habe hier geschrieben Weil das Buch hatte ich schon Schon mal gelesen Ich habe hier geschrieben Kommt noch Auf Seite 203 Wir sind gerade mal bei 140 Das kommt noch Vorausführlich Also er sagt Es ist ein Haus In dem der Ungläubige Hineingeschmissen wird Dann wird er halt Zerbrechen Sinngemäß Aufgrund der heftigen Kälte Badu Oder er fällt auseinander Stück Für Stück Schauen wir mal kurz Wie Ibn Rajab Das Kapitel nannte Genau Kapitel Nummer 10 In Bezug auf Die heftige Hitze Und ihre Eiseskälte Einmal in 308 Das ist ein Buch Wirklich Enzyklopädie über Hölle Alles was du wissen willst Hat er in diesen 5 Knapp 600 Seiten Verfasst Deswegen wird das auch Eine sehr lange Playlist Genau Semheri Das wird alles noch Ausführlich kommen Beziehungsweise ein ganzes Kapitel Über die Isis Kälte Gut Dann kommen wir langsam zum Ende Zagt Ibn Rajab Wenn der Mann Frau sagt Ich suche Zuflucht Vor dem Feuer Sagt das Feuer Oh Allah Geber ihm Zuflucht Und wenn er sagt Ich bitte Allah Um das Paradies Sagt das Paradies Oh Allah Lass ihn erreichen Lass ihn das Paradies Erreichen Beziehungsweise Eintreten Dann schließen wir ab mit Wenn ist Tajara Billahi Min Jahannam Sabah Maratin Kalat Jahannam La Haja Talifik Wer siebenmal Allah Bei Allah Zuflucht sucht Vor dem Höllenfeuer Dann wird Jahannam Sagen La Haja Talifik Ich habe gar kein Interesse Mehr An dich An dir Somit haben wir auch das Zwischenkapitel abgeschlossen Dann heißt es Al-Bab-ul-Khamis Kapitel Nummer 5 Fih zikri mekani Jahannam Wo Ist Jahannam Der Ort Jahannams Das machen wir dann natürlich Im nächsten Teil Kapitel Nummer 5 Inshallah Wa Ta'ala Maghila Wazkibam Adha Wallahu Ahlam Walhamdulillahi Rabbil Alameen Auf Wiedersehen Einen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen